Jo hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video Ich wollte euch allen ein frohes neues Jahr wünschen Es ist jetzt der erste, der erste, ungefähr kurz vor 14 Uhr Und ich wollte mich bedanken für die schöne Zeit, die ihr mir bereitet habt auf dem Kanal bis jetzt Und wollte euch nur allen nochmal einen Gruß rausrichten und so Und ja, jetzt geht's ja wieder los, Silvester-Depression Alles ist wieder vorbei Ich wollte euch nur auch nochmal Bescheid geben Es werden jetzt auch unter dem Jahr natürlich Videos kommen, aber jetzt nicht so gehäuft wie jetzt im Zeitraum von September und Dezember Aber es wird trotzdem was geben, noch nicht mehr so oft Und ich habe sehr, sehr viele Videos für euch gedreht Also wirklich sehr, sehr viele, ich glaube es sind 110 Videos oder so geworden, keine Ahnung Und die werdet ihr dann auch im Laufe des Jahres zu Gesicht bekommen Also ich möchte mich nochmal bedanken bei euch allen Danke für die schöne Zeit Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr Und ja, das war eigentlich schon alles Genau Hier noch ein paar Raketen Vielleicht gehe ich heute nochmal ein bisschen was ballern, mal schauen Mal gucken Ich melde mich zurück Und wünsche euch noch einen schönen Tag Genießt Neujahr Ballert nochmal ein bisschen Bei manchen ist es ja noch erlaubt Und wir sehen uns, haut rein Leute Ja ich hoffe, ihr braucht es ja Ich hoffe, ihr aparecer M?". Untertitelung des ZDF, 2020